Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir befinden uns in meinem Badezimmer, weil die meisten von euch wissen, immer am ersten jeden Monat lade ich ein Maskenvideo hoch und manche Mädels von YouTube machen auch mit. Und mich haben schon mal welche angeschrieben. Nadine kann ich auch mitmachen, natürlich. Wenn ich euch auch nicht antworte, weil die Zeit fehlt oder so, wer Lust hat, darf gerne mitmachen, ja. Also ich freue mich, ihr könnt mich ja dann irgendwie verlinken oder mir Bescheid geben, da gucke ich mir euer Maskenvideo sehr gerne an. Ja, es geht einfach darum, dass ich sehr viele Masken habe, verschiedene Masken und mich immer gerne auch abwechsle. Und das ist jetzt die erste Maske für den Monat Juli. Ich habe jetzt gleich noch Chorprobe. Wir haben heute Mittwoch und vom gemischten Chor aus. Haben wir immer alle zwei Wochen mittwochs, abends. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Falls ich hier noch, oh ja, hier seht ihr so ein paar Knitterfalten. Wir haben heute unser neues Sofa bekommen und ich musste es gleich ausprobieren und habe so eine halbe Stunde auf so einem komischen Kissen gelegen. Das hat sich jetzt hier abgestempelt. Vielleicht finde ich ja eine Entknitterungsmaske. Naja, schauen wir mal. Okay, ihr Lieben, hier sind meine Masken und ich ziehe mir jetzt wieder blind eine. Das heißt, ich schaue nicht. Ich wühle in meiner Maskenkiste rum und bin gespannt. Ich hatte auch mein Buch wieder hier. Ich schreibe mir ja jede Maske auf, damit ich, wenn es geht, damit sich keine Maske doppelt. Aber ich habe natürlich auch innerhalb dieses Projektes, das läuft ja jetzt seit Anfang letzten Jahres schon, ja, da habe ich natürlich schon einige gemacht. So, und jetzt habe ich eine von Terra Naturi. Okay, dann gucke ich gleich mal. Das ist die erste Fältchenmaske, Antifaltenmaske, Wildrose und Q10 für normale, trockene Haut. Das sieht gut aus. Terra Naturi gibt es im Müller. Sind zwei Anwendungen mit jeweils 7,5 Milliliter. Wow. Ich gucke mal eben, bevor ich jetzt hier weitermache. Hier habe ich mein schlaues Buch, hier habe ich mir alle Masken notiert. Und ich schaue mal, ob ich Terra Naturi, ich meine, ich hätte schon mal, also da habe ich nicht viele Masken von, weil zum Müller komme ich ja nicht so häufig. Schäbe, Spalea. Also ich habe jetzt hier mal durchgeschaut und ich habe laut meiner Auflistung, meine Auflistung hier, habe ich noch gar keine Terra Naturi Maske gemacht. Ja, dann würde ich sagen, mache ich die natürlich jetzt sehr gerne. Und mein Gesicht habe ich gerade noch mal gereinigt. Ich habe mich heute gar nicht geschminkt. Ich war so aufgeregt wegen dem neuen Sofa. Hier steht drauf, dass die Maske halt vitalisierende Antifaltenpflege für normale bis trockene Haut. Q10 unterstützt den Energiestoffwechsel der Haut und schützt die Haut vor den sichtbaren Auswirkungen vorzeitiger lichtbedingter Hautalterung. Bio-Wildrosenöl ist ausgezeichnet, verträglich und besitzt einen hohen Anteil an Alinolensäuren, die die natürliche Hautbarriere zum Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen unterstützt. Traubenkernöl, Bio-Sojaöl und Bio-Sonnenblumenöl sind reich an essentiellen Fettsäuren, pflegen die Haut weich und geschmeidig, unterstützen die natürliche Regeneration der Haut und bewahren sie vor dem Austrocknen. Nach der Reinigung, habe ich ja gemacht, auf das Gesicht, Hals und Dekolletier spare ich jetzt, auftragen, Augenpartie aussparen, die Maske etwa 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und Rückstände sanft mit einem Kosmetiktuch oder lauwarmen Wasser entfernen. Ja, hier ist noch eine Alterstabelle angegeben und da bin ich ja, irgendwo bin ich da, ich glaube hier bei der 4.0. Naja, okay, ich habe ja auch mein Schälchen und mal so Make-Up-Pinsel, weil, ja, diese Maske, denke ich, werde ich gut damit auftragen können. Äh, ich bin gespannt, ich dachte echt, ich hätte schon mal eine gemacht von Terra Naturi. Naja, so, jetzt kriege ich die Tüte nicht auf, fängt ja gut an und Rosenduft, also alles mit Rose mag ich ja sowieso. Ich fülle mir das mal eben in ein Schälchen. So, das Produkt sieht so aus, sieht aus wie eine doch ziemlich flüssige Creme, weiß und riecht wunderbar nach Rose. Und das, ähm, ja, trage ich mir jetzt mit Hilfe des Make-Up-Pinsels hier in meinem Gesicht auf. Ähm, ja, man sieht sie kaum. Seht ihr, wenn ich die verstreiche, also die ist sehr dünnflüssig, hat einen sehr natürlichen, wirklich angenehmen Rosenduft. Hm, aber es gibt ja auch viele, habe ich schon in manchen Videos mitbekommen, die Rose oder diesen Duft der Rosen nicht so mögen, ne? Hm, so, vielleicht entknittert es auch hier meine Liegefalten. Ist ja eine erste Fältchenmaske. Ja, wäre schön. So, also es ist wirklich viel Produkt, eigentlich wäre ich jetzt schon fertig. Ich ziehe es mir mal ein bisschen am Hals runter, aber da ich ja jetzt gleich noch zur Chorprobe muss, äh, was heißt muss, ja, möchte, weil singen macht mir unheimlich viel Freude. Ich singe ja auch noch im Frauenchor und, äh, ja, ich trage mir das jetzt mal hier auf. Ein bisschen großzügiger, so seht ihr jetzt auch, also man sieht wirklich, ist eine schöne, dünne Creme, die sich sehr gut verteilen lässt. Und, ähm, es ist wirklich viel Inhalt für ein Sachet, das kann man sich wirklich da den ganzen Hals und aufs Dekolleté, aufs Dekolleté pinseln, vielleicht mache ich das mit dem zweiten Sachet. So. Okay. Ja, diesen kleinen Rest hier, den spare ich mir jetzt. Ähm, ja, kann sein, dass ich den vielleicht, wenn ich nach der Chorprobe wiederkomme, dass ich mir das im Gesicht auftrage und vielleicht dann, ähm, hinterher verteile. Ähm, ich habe ein leicht erfrischendes Gefühl im Gesicht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wie lange muss die jetzt einziehen? 10 bis 15 Minuten? Ja, dann sehen wir uns nach der Einwirkzeit wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Jetzt sind genau 15 Minuten vergangen und, ähm, ja, die Maske ist jetzt nicht ganz eingezogen. Ähm, ja, an gewissen Stellen schon, doch. Aber da, wo ich ein bisschen viel aufgetragen habe, sieht man sie noch. Und jetzt stand ja hier, ähm, dass man das mit einem Kosmetiktuch abnehmen soll. Oder sogar mit lauwarmen Wasser nachspülen. Ähm, ich habe mir jetzt Kosmetiktücher besorgt und werde, ähm, das, ich möchte es mir ungern aus dem Gesicht wieder rausnehmen. Weil ich dann denke, dann war das Ganze für die Katz. Ich kann aber sagen, ähm, ich habe immer noch so ein leicht kühlendes Gefühl auf der Haut. Also sehr erfrischend und, ja, ich denke auch feuchtigkeitsspendend. Also es war sehr, sehr angenehm, die Maske. Jetzt gucken wir mal, inwiefern die sich hier, ja, so ein bisschen abnehmen muss ich sehr, ne? Ich meine, dann spare ich mir gleich die, die Gute-Nacht-Creme. Ich meine, ja gut, obwohl, ich fahre ja jetzt zum Singen. Und danach wasche ich mich ja eh nochmal, bevor ich ins Bett gehe. Aber jetzt, ja. Und heute Abend werde ich natürlich auch Fußball gucken. Ähm, erste Halbfinale Portugal-Rails. Ich bin gespannt. Aber irgendwie bin ich mal für den Außenseiter. Also für Rails. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass Portugal wahrscheinlich... Naja, vielleicht gibt es ja wieder Elfmeterschießen. Ja, ich bin so richtig in Fußballfieber drin. Aber, ähm, bei uns ist in der Familie Fußball das ganze Jahr über ein Thema. Nicht nur zur EM und WM, sondern auch Bundesliga wird sehr häufig geguckt. Ja, was kann ich sagen? Ich habe jetzt zwei Tücher benutzt. Ach, das riecht immer noch ganz wunderbar nach Rose. Sind denn meine Knitterfalten weg? Mh, ein bisschen sieht man so noch, ne? Egal. Ähm, es ist sehr fettig. Ihr seht vielleicht, ich glänze. Ich nehme mir jetzt nochmal so einen Lappen hier. So ein Kosmetiktuch. Oh, seht ihr? Das klebt auch gut. Da könnt ihr mal sehen, wie pappig das ist. Wie fettig. Ich drücke das jetzt mal so ein bisschen in mein Gesicht. Seht ihr das? Hey. Naja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, mich für Dekor-Proben zu machen. Ich probiere extra zu schminken. Ne. Heute bin ich mal ungeschminkt durch die Weltgeschichte gelaufen. Was heißt durch die Weltgeschichte? Ich war nur hier zu Hause, habe geputzt, habe auf meinen Sofa gewartet. Dann habe ich wieder geputzt. Bin mit Puma eine Runde gelaufen. Und noch eine Runde gelaufen. So, ich glaube... Jetzt, seht ihr, jetzt ist es nicht mehr so pappig. Ja. Also, ich fände es jetzt Quatsch, wenn ich mir die... Och, hier unten habe ich noch was am Holz. So. Ja. Oh ja, jetzt... Ja. Was kann ich sagen abschließend? Also, ich denke mal, damit da eine Wirkung erzielt wird, vielleicht, dass die Haut noch... Ich meine, Falten wegmachen kann keine Maske. Und ich nehme jetzt auch mal eben die Haube schnell ab, weil... Ja, hier seht ihr das von dem Gummiband. Egal. Fahren wir halt heute mal mit so ein paar Knitterfältchen im Gesicht zur Korprobe. Ja, hier steht drauf, mildert Fältchen sichtbar. Ja, seht ihr? Und ich denke mal, das tritt auch nur ein, wenn man so eine Maske... Ja, da muss man die zweimal die Woche mindestens machen. Und das über vier, fünf, sechs Wochen. Ich schaue mal. Also, ich fand die Maske gut. Ich fühle mich jetzt... Ja, so ein bisschen erfrischt. Doch, kann man sagen. Eben war ich so ein bisschen müde. Ich fühle mich jetzt etwas frischer in meiner Haut. Ich werde jetzt noch ein bisschen meine Haare machen und dann geht es zur Korprobe. Ich mag den Duft. Ich stehe auf Rose. Und wenn es jetzt ein bisschen... Ja, was für meine Haut getan hat, dann freut mich das natürlich. Ich habe sie mir auch schon in meinem Buch notiert. Ich kann sie empfehlen, wer Rosenduft mag und wer so ein bisschen Feuchtigkeit braucht und vielleicht auch schon so ein bisschen... Das hört sich mal doof an. Im fortgeschrittenen Alter ist... Ja. Wer so ein bisschen älter ist... Keine Ahnung. Nein, ihr wisst schon. Ich bin ja jetzt... Wie alt bin ich denn? 40. Genau. Das ist ja nicht alt. Das Produkt sehe ich auch gerade ist vegan. Okay, ihr Lieben. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Für mich geht es jetzt zum Singen und für euch geht es jetzt sofort weiter zur Maske Nummer 2. Ja, willkommen zur Maske Nummer 2. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile abends... Ich habe jetzt gezielt mir eine Maske ausgesucht und zwar habe ich geschenkt bekommen von Balea die Peel-off-Maske und ich habe gerade in meinem schlauen Buch nachgeguckt. Die habe ich noch nicht gemacht. Zuletzt habe ich mal von Rivalde Loop eine Peel-off-Maske gemacht und da weiß ich, dass mir die nicht so gefallen hat. Ich glaube, die war schwer abzuziehen und hat auch ganz schön wehgetan. Und ja, Badehaube oder Duschhaube. Ja, ich glaube, die Pinke ist dran. Ist natürlich wichtig, weil ich möchte versuchen, so viele Haare wie möglich zu verstecken, weil beim Abziehen, das ist sehr unangenehm, wenn man da ein paar Haare zwischen hat. Aber so wie ich mich kenne, klebt gleich die Peel-off-Maske in meinen Augenbrauen wieder. Es wird auch mal Zeit wieder für eine Peel-off-Maske. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, meine Haut ist ein bisschen unruhig. Unruhig? Unsauber? Oder nee, wie sagt man? Ja, ich habe so ein paar kleinere Pickel und verstopfte Poren. Und diese Maske hier verspricht, die Haut zu klären und zu pflegen mit Hamamelis Tiefenreinigung. Mehr Ausstrahlung, ja. Die Haut effektiv klären mit Aprikosenextrakt, entfernt durch das Abziehen der getrockneten Maske sanft abgestorbene Hautpartikel. Sanft. Ich bin gespannt. Verschmutzung und Talgablagerung. Gleichzeitig wird Ihre Haut geschmeidig gepflegt. Panthenol beruhigt die Haut und fördert Ihre Erholung. Eine Kombination aus Hamamelis, Aprikosenextrakt und Gelee Royale spendet erfrischende Feuchtigkeit und bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Okay. Nach der Reinigung großzügig und gleichmäßig im Gesicht auftragen. Augen- und Mundpartie ist klar aussparen. 10-15 Minuten einwirken lassen. Dann die trockene Maske von den Seiten zur Mitte hin abziehen. Eventuelle Reste mit lauwarmen Wasser abwaschen. Okay. Das sind zwei Sachets und ich werde es nicht mit dem Pinsel auftragen. Ich glaube mit den Fingern hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich damit besser klarkomme. So. Dann wollen wir mal. Ich bin gespannt. Also die Balea Pilofmaske meine ich habe ich noch nie gemacht. Auch nicht innerhalb des Maskenprojektes. Und jetzt stehe ich schon vor dem ersten Problem. Hier ist so eine Kerbe oben. Lässt sich nicht einreißen. Schere. Wie gesagt, also ich habe ja schon mal hin und wieder von Schemes hatte ich mal eine schöne Maske. Äh Pilofmaske. Aber die von Rival de Loup, die war nicht so toll. Ich bin gespannt auf die jetzt. Meistens ist es ja wie so ein Gelee. Ich nehme mir jetzt mal ein bisschen. Ja, da kommt es schon raus. Ich zeige euch mal ein bisschen. Das ist farblos. Riecht irgendwie ein bisschen nach Alkohol. Und es ist ja sehr klebrig. Aber das sind die Pilofmasken im Allgemeinen. Ich fange mal an hier an den Wangen. Jo. Und dann. Aber irgendwie merke ich gerade schon so ein paar Dämpfe. Was heißt Dämpfe? Ja. Hier ist bestimmt ja hier ist auch Alkohol drin. Alkohol, die naht. Anstelle zwei. Dann kommt an vier Alkohol. Panthenol. Panthenol. Ja. Also ich glaube, ich merke gerade in meinem. In Augennähe hier. Man soll ja auch. Jetzt habe ich es wieder. Ich versuche immer die Augenpartie weitestgehend auszusparen. Beim Abziehen leidet die Haut ja. Da muss man das. Na ja, mal gucken. Ich gucke jetzt hier nebenan in den Spiegel. Und versuche die Augenbrauen nicht mit einzubeziehen. Und habe gerade gesagt, schon hängt es in den Augenbrauen. Super, Nadine. Also es ist eine klebrige Geschichte. Und ich bin echt gespannt, wie sie sich gleich abziehen lässt. Hier am Kinn. Und hier unter der Nase ein bisschen. Ich bin ja jetzt auch nicht ganz so pingelig. Aber die von Reval de Loup damals. Ich glaube, die habe ich Anfang des Jahres gemacht. Im Januar oder im Februar. Ich meine auch innerhalb des Maskenprojektes. Und die war echt unangenehm. Ja. Man sieht jetzt nicht viel. Ja, ich glänze natürlich. Und habe hier eine Anwendung habe ich noch. Die benutze ich aber auch nur, wenn es jetzt gleich nicht ganz so Schmerz hat. Wie gesagt, am Anfang hatte ich so ein bisschen hier in Augennähe so ein leichtes Brennen. Aber es hat jetzt ganz schnell nachgelassen. Es fühlt sich kühl an im Gesicht. Leicht erfrischend. Und ja. Ich werde jetzt hier ein bisschen versuchen. Meine Augenbrauen seht ihr. Da habe ich ein bisschen das Gel reingeschmiert. Ich versuche das mal so ein bisschen sauber zu machen. Und ja. Wir sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich. So. Da bin ich wieder zurück. Und jetzt sind mittlerweile fast so 18, 19 Minuten vergangen. Sie ist eigentlich überall angetrocknet. Hier ist sie noch ein bisschen feucht. Aber ja, es spannt natürlich. Also ihr merkt richtig von Minute zu Minute, wie die Maske, sage ich mal, fester wird. Dieses Gelee-Zeug. Und ja. Jetzt bin ich auch froh, wenn ich sie gleich aus dem Gesicht habe. Ja. Aber sonst war alles tippitoppi. Es ist spannend ein bisschen. Aber ich habe kein Brennen oder unangenehmes Gefühl auf der Haut. Jetzt muss ich mal gucken, wo fange ich denn an. Da stand ja von außen zur Mitte hin abziehen. Ich suche mir mal hier. Da. Da haben wir was. Seht ihr? Ja. Und da haben wir auch schon das erste Haar. Ja, ich versuche das mal hier. Habe ich jetzt was, ne? Ja. Und mache erst mal so die Ränder. Sie wappt ganz gut. Aber es geht noch. So. Da. Hier war sie noch ein bisschen feucht. Ich hoffe, ich kriege sie weitestgehend an einem Stück ab. Ja, ihr seht, es ist jetzt richtig wie so ein... Wie soll man das nennen? Äh, wie eine zweite Haut. Quasi hat sich diese Peel-off-Maske verfestigt. Hier ist sie ein bisschen störrisch. Aber ich versuche es jetzt mal hier oben weiter. Hier ist natürlich die Haut am Auge sehr empfindlich. Ne? Und da halte ich auch immer so gegen. Und hier bin ich, glaube ich, ein bisschen... Ah! Ein bisschen habe ich meine... Aber es geht noch. Ich habe eben auch versucht, noch mit dem Wattepad ein bisschen meine Augenbrauen zu reinigen. Ihr seht, es klebt gut. Ja. Holla die Waldfee. Aber es ist nicht so unangenehm wie die Raval de Loup. Also die war wirklich ganz schön heftig. So. Ja, jetzt haben wir es doch gleich. Machen wir hier unten weiter. Hier halte ich wieder so ein bisschen fest an meinem Auge. So. Es ist teilweise wie so ein Kitzeln auch. So könnte man das beschreiben. So. Und abisse. Ja, ich denke mal, dass jetzt hier in diesem Zeug so ein bisschen, hoffe ich doch mal, Hautschüppchen drin hängen. Hier habe ich jetzt noch so ein paar Reste. Die mache ich gleich noch. Hier in der Augenbraue auch. Oh ja. Da gehe ich gleich mal mit laubarem Wasser hinterher. Seht ihr hier? Aber ich muss sagen, man hat natürlich die Maske gespürt beim Abziehen. Aber es war lange nicht so unangenehm wie die damals von Raval de Loup. So, dass ich auf jeden Fall die Peel-Off-Maske für gut befinde und auch das zweite Tütchen irgendwann leeren werde. Ja, also ich bin relativ zufrieden. Und habe jetzt auch keine übermäßig gerötete Haut oder so. Sie fühlt sich schön glatt an. Das kann man sagen. Ja, und jetzt werde ich noch so ein bisschen mit lauwarmen Wasser gleich mein Gesicht reinigen. Da wir jetzt schon abends haben, werde ich dann von Averde die Nachtpflege auflegen hier. Da ist nicht mehr viel drin. Ich habe davon ja auch das Serum, die Augenpflege und die Tagespflege. Ich glaube, dass ich es schaffen werde, diesen Monat alles noch zu leeren. Dann seht ihr das im Aufgebraucht-Video. Ja. Also ich bin doch relativ begeistert und würde sagen, das war die Maske Nummer 2. Dann würde ich sagen, auf, auf zur Maske Nummer 3. Ja, hallo ihr Lieben. Willkommen zur Maske Nummer 3 für den Monat Juli. Das wird jetzt leider auch die letzte Maske sein, denn wir haben schon den letzten Tag, den 31. Es ist Sonntag und ich sehe bestimmt noch ein bisschen müde aus. Aber gut, vielleicht sehe ich nach dieser Feuchtigkeitsmaske, dieser neuen Hydra Bomb-Tuchmaske von Garnier, vielleicht sehe ich danach ein bisschen frischer aus. Das wäre schön. Ich habe euch ja gestern ein Haul-Video hochgeladen. Da habe ich euch die Maske gezeigt. Die ist mir aufgefallen im DM. Und zwar ist sie ziemlich groß eingepackt. Also die kann man fast nicht übersehen. Und ja, hier steht drauf, intensive Feuchtigkeitsspendende und belebende Maske, verleiht frische, strahlende Haut, glättet feine Linien, einfach anzuwenden. Und zwar ist hier drin enthalten Granatapfel, Hyaluronsäure, Feuchtigkeitsspendes Serum. Ja, für feuchtigkeitsbedürftige Haut. Also ich, ja, Feuchtigkeit kann ich eigentlich immer gebrauchen. Ich habe jetzt eben mein Gesicht gereinigt mit Alverde, mit diesem Reinigungsschaum, den ich auch noch ziemlich neu habe, den ich ganz toll finde. Und ja, ich denke mal, hier steht drauf, eine Maske gleich Intensität von einer Woche Pflege. Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, damit man mehr darüber sagen kann, müsste man die wahrscheinlich öfters anwenden. Aber die kostet auch über einen Euro. Und hier steht drauf, was ist neu? Entdecken Sie unsere neueste Generation der Tuchmasken, inspiriert aus Asien. Das Baumwollgewebe ist getränkt in ein intensiv feuchtigkeitsspendendes Serum, das angereichert ist mit Granatapfel und Hyaluronsäure. Die Tuchmaske wirkt wie eine Kompresse, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, so intensiv wie eine Woche Pflege. Der Wasserspeicher der Haut ist wieder aufgefüllt. Sie ist danach glatter, erfrischt, beruhigt und gesund, strahlend. Erleben Sie einen Moment puren Wohlbefindens für Sie und Ihre Haut. Geeignet für alle Hauttypen, auch für sensible Haut. Ja, Anwendung ist hier auch schön mit Bildern und so. Also erstmal die Tuchmaske entnehmen und die Seite mit dem weißen Tuch auf das gereinigte Gesicht auftragen. Die blaue Schutzfolie muss nach außen zeigen. Entfernen Sie die blaue Schutzfolie. Okay. Ja, hier seht ihr dann die Bilder. Also auftragen, mit der weißen Seite auf dem Gesicht, dann die blaue Schutzfolie abziehen, die weiße Maske anpassen, 15 Minuten einwirken lassen und danach die Maske abnehmen, Rückstände einmassieren oder mit einem Wattepad entfernen. Ja, ich bin gespannt. Ja, machen wir das doch mal. Ja, ich werde die jetzt mal hier öffnen und mal schauen. Also im Allgemeinen mag ich Tuchmasken. Gibt es ja von verschiedenen Firmen, Montagne, Jeunesse und Balea, Rival de Loup, glaube ich auch. So, und wenn ich hier so dran schnüffle, kommt mir ein leichter, ja so ein bisschen granatapfeliger Duft entgegen, sag ich mal. Und die klebt jetzt hier so drin, seht ihr, da sieht man auch schon so ein bisschen was hellblaues. Ich bin gespannt. Oh ja, oh ja. Die ist wirklich gut feucht oder nass. Und jetzt muss ich mal vorsichtig die Maske hier, ich halte sie mal etwas höher. Fühlt sich ein bisschen glibberig an. So, aber es geht, schaut mal. So, hier ist jetzt die Seite, also die blaue Seite, die soll nach außen zeigen und diese weiße Seite klatsche ich mir jetzt mal ins Gesicht. Oh ja, hm, habe ich mir schon gedacht, schön erfrischend kühl. Huh, ja, meine Nase ist nicht so lang, deshalb, ja, ich lege sie mir jetzt erstmal so aufs Gesicht. Ist schön groß. Und jetzt muss ich die hier abziehen. Moment, jetzt muss ich hier doch erst in den Spiegel gucken. Ich will ja nicht die ganze Maske abziehen, sondern nur diese blaue Folie oder was das da ist. Ist gar nicht so einfach. So, muss man so ein bisschen die weiße Maske festhalten, weil sonst zieht man die sich gleich wieder mit runter. Na, gar nicht so einfach. So, okay, da haben wir das. So, und jetzt soll man die anpassen. Ja, ich denke mal, wäre ein bisschen, ich habe jetzt nicht das kleinste Gesicht, aber die ist schön groß, wenn ich mir das hier so begucke. Ja, also die ist wirklich sehr, sehr feucht und glibberig. Also da fühlt man dieses Serum, ne, das ist ja irgendwie in so einem Serumgetränk, das spürt man. Und gerade hier so unter den Augen. Ja, soll ja auch mit Hyaluronsäure sein. Also schon so eine Maske für fortgeschrittenere Haut, sag ich mal, die ich ja habe. So, ansonsten, ja, ihr wart ja jetzt dabei, ne, muss man ein bisschen hier festhalten, dass man sich nicht gleich, wenn man die blaue Seite abzieht, die weiße wieder mit aus dem Gesicht nimmt. Und ich habe sie irgendwie ein bisschen immer im Mund hier. Ja, ich lasse das jetzt natürlich 15 Minuten mindestens einwirken. Ist im ersten Moment schön erfrischend. Hat einen angenehmen, leichten Duft. Und, ähm, ja, ich werde jetzt mal so 15 Minuten ein bisschen auf der Couch chillen. Und dann kommen wir gleich wieder, äh, dann komme ich gleich wieder. Und dann kommen wir auch hinterher zur Bewertung der drei Masken. Genau, bis gleich, ihr Lieben. So, ich bin wieder zurück, ihr Lieben. Und was kann ich sagen? Also ich bin sehr, sehr begeistert. Es ist so ein erfrischendes Gefühl in meinem Gesicht. Wahnsinn, hatte ich noch nie. Bei keiner anderen Tuchmaske hatte ich so eine Erfrischung. Und ich habe die kein einziges Mal angefasst. Ich habe das schon mal bei anderen Tuchmasken. Dann löst sich das hier meistens am Kinn und hier in der Nase. Dann ist man immer so am, ja, am Rumzuppeln, ne, damit die wieder angedrückt wird. Also die ist so schön, ja, dieses Serum, denke ich mal, das ist, hat eine tolle Konsistenz und klebt super im Gesicht. Ich habe nichts Negatives verspürt. Im Gegenteil, ich habe einfach nur eine wahnsinns frische Klick gerade. Und es sind jetzt bestimmt schon fast knapp 20 Minuten vergangen. Am liebsten würde ich heute den ganzen Tag so rumlaufen. Aber das geht natürlich nicht. Ja, ich werde sie mir jetzt aus dem Gesicht nehmen. Und das geht ja relativ einfach. So, und jetzt sieht man vielleicht auch, ja, wie feucht, wie nass mein Gesicht richtig ist, ne. Seht ihr das? Und das ist wirklich so ein ganz glattes Serum einfach, wo drin das Tuch getränkt ist, ne. Ich möchte es eigentlich nicht so gerne abnehmen, aber es ist schon ganz schön nass, mein Gesicht. Ich massiere das jetzt mal ein bisschen ein. Ich versuche nicht über, oft gehe ich ja mit so Cremes, gerade Augencremes natürlich auch über meine Augenlider. Aber ich habe gelesen, bei den Inhaltsstoffen, da ist Glykol und auch Alkohol drin enthalten. Deshalb lasse ich das mal lieber nicht, dass es gleich anfängt zu brennen. Aber, ach, ich weiß auch nicht. Meine Haut fühlt sich so, ja, wirklich gut durchfeuchtet an. Und es war so, so schön während der Einwirkzeit mit der Maske. Was habe ich hier denn? Hä? Oh, seht ihr hier den roten Punkt? Kann sein, dass ich mich da mal mit, letztens, wann habe ich mir denn die Augenbrauen gezupft? Vor zwei Tagen? Es geht nicht weg. Hm, vielleicht habe ich mich da beim Zupfen meiner Augenbrauen so ein bisschen in die Haut eingeklemmt. Ich weiß es nicht. So, während ich das jetzt hier so einmassiere, wird es natürlich nicht, äh, wird es fester. Schaut mal. Seht ihr das? Ist ein bisschen bappig, aber ich denke mal, dass, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt gleich noch eine Creme brauche. Ist so ein bisschen klebrig jetzt. Aber immer noch eine Frische im Gesicht, also ich weiß auch nicht. Ja, fühlt sich zumindest, also ich denke mal, das lasse ich jetzt so einziehen. Ich finde es jetzt nicht unangenehm, dass es so ein bisschen bappig ist. Ich denke mal einfach, das braucht eine Zeit. Aber ich fühle mich wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht, das habe ich aber auch heute gebraucht. Ja. Tolle Maske. Ja. Also ich denke mal, ich werde mir davon, dass ich das vielleicht mal versuche als Kur, ähm, das heißt als Kur, ähm, dass ich mir vielleicht hier von noch so, sagen wir mal so sechs bis acht Masken zulege und das dann über einen Zeitraum von ein paar Wochen, dass ich so zweimal die Woche so eine Maske mache. Obwohl ja hier steht, eine Maske reicht für eine Woche Pflege. Oder wird hier was empfohlen? Moment. Also ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen, aber hier steht jetzt nicht, äh, dass man die Maske mehrmals in der Woche anwenden soll. Aber vielleicht, dass ich mir sechs Masken kaufe, ne? Ich meine, die sind ja auch leider, liegen bei über einen Euro, aber, dass ich das einfach mal mache, ähm, oder, oder wirklich für den Winter, wenn die Haut durch die Heizungsluft, durch die Kälte, durch die Wärme im Haus, wenn die, dann habe ich auch schon mal sehr trockene Hautstellen im Gesicht. Ich glaube, das mache ich. Ja, die ist ja noch ziemlich neu und hier steht nicht limitiert drauf. Also, ja, denke ich mal, dass ich mir, brauche ich mir jetzt nicht schon sechs Stück davon kaufen. Ich hoffe, die bleiben erstmal im Sortiment, weil es ist wirklich, glaube ich, auch eine tolle Maske, so, wenn man nach einer Feier oder nach einer anstrengenden Woche total platt aussieht, wenn man frische Klik braucht, ja. Bin begeistert und jetzt kommen wir zur Bewertung. Als erstes hatten wir von Terra Naturi diese erste Fältchenmaske, die hatte ich ja gemacht, fand ich nicht schlecht. Dann hatte ich die Pilof-Maske von Balea gemacht, die hatte ich ja geschenkt bekommen, war ich auch sehr begeistert von, ja. Das war so eine schöne Pilof-Maske, die nicht ganz so weh getan hat beim Abziehen. Ja, und jetzt diese Feuchtigkeitsbombe von Garnier. Okay, ich bewerte jetzt mal Platz Nummer drei. Die Bronze-Medaille geht an Terra Naturi. Ja, ganz knapp. Ich fand sie gut, aber jetzt nicht überragend. Und, ja, mehr kann ich nicht sagen. Also, ich sage mal so, erste Fältchen, Anti-Faltenmaske. Anti-Faltenmaske und ich denke mal, damit das auch wirken kann und was bringt, muss man auch so eine Maske wirklich regelmäßig einfach machen. Ich hatte keine Hautirritation nach der Maske, deshalb, also die war okay, ja. Ja, Silbermedaille, zweiter Platz geht an die Pilof-Maske, weil, wie gesagt, die war angenehm abzuziehen, die hat nicht so weh getan und ich meine auch, dass sie meine Haut, ja, hier steht, mit Hamamelis soll die pflegen. Schon, also ich war nicht so, dass ich direkt eine Creme danach hätte gebraucht. Ja, auf jeden Fall war die okay. Könnte ich mir auch vorstellen nachzukaufen, aber ich habe noch eine Anwendung hier unten. Ja, und Platz 1 und die Goldmedaille geht jetzt wirklich mal an die neu entdeckte Feuchtigkeitsmaske von Garnier. Also, oh ja, jetzt ist auch, seht ihr, es klebt nicht mehr. Jetzt hat das Kleben auch und, nee, also ich hätte mir die jetzt auch, weiß nicht, da steht ja, man kann die sich auch abnehmen mit einem Wattepad, aber, äh, äh. Also, ich glaube wirklich, ich habe jetzt so das Gefühl, ich brauche höchstens vielleicht noch eine Augenpflege, äh, aber keine Gesichtscreme mehr, das ist, ihr müsst es mal ausprobieren. Vielleicht ist das speziell auch was für, ähm, Menschen, die wirklich sehr trockene Haut haben. Wie gesagt, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir die so sechsmal zulege, um mal so eine kleine Kur zu machen. Sechs Wochen lang immer eine dieser Maske in der Woche, ähm, im Winter, so wenn es wirklich kalt draußen wird und, ähm, die Haut halt ausgetrocknet ist durch die Heizungsluft. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie frisch. Genau das habe ich gebraucht. Also, Platz Nummer eins, erster Eindruck, sehr, sehr gut. Kaufe ich mir nach, definitiv. Ja, ihr Lieben, das war's dann, ähm, für den Monat Juli, beziehungsweise, ja, jetzt haben wir August und auch im August habe ich natürlich vor, einige Masken zu machen. Vielleicht schaffe ich ja mal mehr wie drei. Und, ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir ein paar Kommis da lasst. Vielleicht habt ihr einer der drei Masken auch schon gemacht und könnt mir euer Feedback da lassen. Oder ihr schreibt mir einfach mal eure aktuelle Lieblingsmaske. Vielleicht kenne ich die ja noch nicht. Und vielleicht hat auch jemand schon diese Hydra-Bomb-Tuchmaske von Garnier ausprobiert. Und ist ganz anderer Meinung wie ich, fand sie gar nicht gut, dann schreibt mir das auch. Aber ich bin echt begeistert. Okay, ich bedanke mich fürs Einschalten. Es machen ja auch, ähm, immer mal wieder andere Mädels mit. Und wenn ich das mitbekomme, wer auch jetzt für den 1.8. ein Video hochgeladen hat oder noch hoch lädt, manchmal kommt es auch ein, zwei Tage später, ähm, ja, dann verlinke ich euch die Mädels, ne. Das ist immer mal wieder anders. Je nachdem, wie es die YouTuber so schaffen, ne. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch diesmal die Einzige. Ich schaue mal, ich lasse mich überraschen. Und, ähm, ja, ich habe jetzt vor, noch ein Video zu drehen. Ich habe irgendwie Lust, meine Lippenstifte nochmal zu entrümpeln. Ähm, da wollte ich euch mitnehmen. Ich wollte jeden Lippenstift mit euch durchgehen. Und, ähm, mit, euch mit dran teilhaben lassen, welche ich ausmiste und welche ich behalte. Ja, da habe ich irgendwie noch Lust zu. Ja, aber da muss ich mich erstmal ein bisschen schminken jetzt. Und, ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch, ja, ich würde sagen, einen guten Start in die neue Woche. Ähm, und, ja, ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Video auch wieder ein. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.